Die Geschichte vom guten Gebrauchtwagenhändler. Jegliche Zusammenhänge mit realen Personen sind zufällig und in keiner Weise beabsichtigt. Stell dir vor, es gibt einen Gebrauchtwagenhändler. Der sagt dir ganz vehement, nur seine Gebrauchtwagen sind gut und alle anderen Gebrauchtwagenhändler sind böse Schwindler. Dann wirbt er sehr aggressiv überall auf der Welt. Und er sagt dir, die Leute, die bei anderen Gebrauchtwagen gekauft haben, die hat alle ein schreckliches Schicksal ereilt. Ein Auto ging spontan in Flammen auf, eines fuhr in die Stadt und die ganze Stadt wurde vernichtet, weil jemand nicht bei ihm den Gebrauchtwagen kaufte. Und weiter sagte der Gebrauchtwagenhändler, er ist der Gerechteste. Und der gültigste aller Händler, aber er sagt zu dir, da ist dieser Verwandte von ihr, der hat mal gewagt, einen Gebrauchtwagen zurückzubringen. Und er sagte, das ist jetzt die Schuld deiner ganzen Familie. Und nur wenn du sofort einen Gebrauchtwagen von ihm kaufst, wird er dich nicht massakrieren. Und du wunderst dich sicher, wie kann ein Gebrauchtwagenhändler gut sein, der Leute dafür massakriert, dass sie nicht bei ihm Autos kaufen. Und er sagt, ja, ja, ich habe Genozid an einigen Völkern verbracht. Die sagten, meine Autos sind nicht so gut und so mussten sie halt sterben. Und manche hatten ein Zweitauto neben einem von seinen und die mussten natürlich auch sterben. Und siehst du, sagt der Gebrauchtwagenhändler, deine Schuld ist gearrt von diesem Vorfahren, der halt kein Auto von ihm haben wollte. Aber weil er, der Gebrauchtwagenhändler, so nett und gnädig und lieb ist, wirft er dich nicht in ewige Qualen, wenn du einfach all dein Geld ihm gibst und niemals einen anderen Gebrauchtwagen kaufst als seinen. Wie würdest du den Charakter einer solchen Person einstufen?